Und dann sollte das... Wo ist das Gespenst? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? So Aber nicht... Hä? Doch irgendwas So Wo ist der letzte jetzt noch? Ach... Es ist nicht... viel, was fehlt Ja, aber was haben wir verloren? Sehr viel Leben Also der ist meist der Ruck, aber der ist halt Stufe 6 und bleibt wahrscheinlich auch Stufe 6 Das ist halt dann das... Gibt's da nicht? Hm... Habe gedacht, so ja vielleicht Nahrung im Topf Oh... Aber ein paar Truhen Man kennt's, man macht sie immer rückwärts auf So Rehe So... Jetzt hier hinauf Da war doch das letzte Mal... Ein Zyklop Wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja, ja... Irgendwas war da, was mir so... 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 Noch mehr Pilze Alter, wie viele Pilze sind denn hier? Sind Pilze eigentlich Heilung? Ja... Und was macht der? Ausdauer... Äh... Ein Kraut... So ein wenig Gegengift... Ich finde vor allem, äh... Ich finde vor allem, äh... Äh... Der Verzehr kann gefährlich sein, ja... Könnte man... Hm... Mir fehlt so ein wenig... Die Anleitung... Okay... Kannste... Das... Irgendwie kombinieren... Den Apfel... Sehr gern gesehen... Dort sind auch noch Äpfelchen... Ehh... Hecht? Was macht das... Beast Steak... Ausdauer... Es ist immer Ausdauer... Ausdauer... Ja... So... Und Ausdauer ist ja... Schön und gut, aber... Kann man... Irgend... Ich probiere mal was... Kombinieren... So... Da haben wir... Zwei ewige... Kleiner Fisch... Konserviert... Für lange Aufbewahrung... Kann ich... Den... Kombinieren... Was gibt das? Druinenpilz... Könnte hergestellt werden... Wenn die Metrianen... Das Druinenpilz... Was ist ein Druinenpilz? Ein giftiger Pilz... Der üblicherweise... Nicht gegissen wird... Sein Verzehr kann jedoch... Etwas Ausdauer... Wiederherstellen... Aha... Wenn ich den... Kombiniere... Erstelle etwas Unbekanntes... Würziger Pilztee... Spinnengift... Spinnengift... Äh... Das wäre einfach... Aufbewahren... Ja... Das wollen wir sicherlich nicht... Weiter kombinieren... Können wir das nicht... Äh... Kombi... Ja... Das wäre... So wirklich... Kochen... Sehe ich... Aktuell... Nicht... Fauliger Goldzahn... Toxik... Bastlerknochen... Fauliger Goldzahn... Einen Ferakil... Okay... Dort hätten wir noch... Blümchen... Ja... Ich sammle einfach mal... Alles ein... Was wir gerade finden... So... Und hier noch... Weil... Ich möchte... Herausfinden... Wie kann ich mir... Zum Beispiel... Heiltränke... Herstellen... Damit wir... In Zukunft... Besser gewappnet sind... So... Und ich werde... Ganz viel noch... Ganz viel aus... Ein... Aufmerksam... aufmerksam... So... So... Was ist das? Alter. So. So. Hoho. So. Großer Riesensaun. Yep. Da sind noch mehr. Ich möchte zuerst mal einsammeln. Äh. Bin ich blind? Ich habe doch da noch ein ganzes Rudel gesehen. Oh, da sind die jetzt dort hinten. Warte mal. Äpfelchen. Äpfelbäume sind eigentlich ganz gute Bäume, ne? Ja, und eigentlich müsste ich nach rechts, aber ich sehe da Blümchen und ich möchte Blümchen einsammeln. Und ich sehe Äpfelbäumchen. Und das würde ich eben gerne mitnehmen. So. Jastblüte. Und ich sehe noch eine... Also, man läuft einfach durch die Gegend und findet, ah, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das wird so... Uh. Also... Also. Jetzt mal schauen. Haben wir neue Heil... Stahlnusssalbe. Verbessert vorübergehend die Abwehr. Kann ich den kombinieren? Nein. Den könnte ich zum Beispiel übergeben an Rook. Zwei Stück. Ja. Dann könnte er von den her zieren. Also. Jep. Deshalb habe ich es dir gegeben. Dass du mir nicht ganz so schnell umfällst. Und jetzt geht es mal in die Richtung. Die Frage ist nur, wie lange? So. Ne? Nein, ich möchte den Apfel. So. Also wenn ich müde bin, ja, dann raste ich, aber dann nehme ich auch nicht auf. Das ist irgendwie so... Der Sinn... Hm. Äh. So. 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 Dann den. So. 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 Sehr gut. Sehr gut. Hm. Immer fleissig sammeln. Auch hier bitte. So. 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 Und Stufe 20. Ich glaube, das Max-Stufe ist, äh... Stufe 200. Also... Wir haben da doch noch ein bisschen... ...was vor uns. Aber dass man so schnell levelt. So. So. Auf. So. 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 Jetzt wir erst angreifen lassen. So. 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 Wenn ich das richtig gelesen habe. Klingt schon mal interessant. Muss da jemand noch... ...etwas auffüllen. Dann habt ihr jetzt die Zeit dazu. Und jetzt muss ich eher in die Richtung. Auch wenn mich das Lager... ...interessiert. So. 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 Oh. Ja, sehe es schon. So. Die fliehen, okay. Oh. Schöner Kampf gewesen. Auch wenn nicht gerade optimals gelungen. So. Eigentlich bräuchten wir Äpfelchen oder etwas in der Art und Weise. Ja. Ah, warte mal. Die nehmen wir noch. Riftsplitter. Und es geht weiter dort. Aha. Da sind wir bei den Harpien. Okay. Okay. So. 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 Ohoho. Also der Erzmagier macht schon Damage. Ohoho. 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 Das ist. Wenn es so weiter geht, gefällt es mir sehr gut. Ich nehme sie. Oh. Ähm. 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 Äh, eher noch weniger. Eher noch weniger. Sie dürft gerne auch Äh, Äh, Äpfelchen einsammeln. So. Zwei Äpfelchen. So. Wer hat Aja und Ruk? Dann würde ich die mal jetzt übergeben. Aja. Mal drei Stück hier. Genau. Und Ruk hat ja noch einen. Also müssen wir jetzt hier. Mhm. Ja, dann lass uns mal schauen. Und.